Ich fahre Sie heute um 14 Uhr das Urvorsche Königin Katharina von Handelge Platz 4. Die Fahrkraft erhalten Sie an unserem Markenschalter gegenüber von Platz 3 und selbstverständlich auch direkt an Bord. Ich wiederhole, zu einer 90-minütigen Drei-Länder-Verhaber-Rund-Stadt können Sie heute um 14 Uhr das Urvorsche Königin Katharina von Handelge Platz 4. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre nächste Schiffsverbindung. Das Kurschiff direkt nach Regens, bahnmäßige Abfahrt 13.30 Uhr von Platz Nummer 3. Ich wiederhole, das Kurschiff direkt nach Regens, bahnmäßige Abfahrt 13.30 Uhr von Platz Nummer 3. Ladies and Gentlemen, your next ship's connection is the Kurschiff which stands directly to Regens in Austria. Plan departure time 13.30 from here, number 3. obligatee Abfahrt 13.30 Uhr von Platz Nummer 3. Mit Cif, alle Strauss Be ah! Ich habe es nur, weil er... Und nachher den Leuten denkt. Aber da müssen wir es nicht mehr nehmen. Dann haben wir so viel lang, so ein Bild zu lassen. Wir gehen nicht in die Hälfte. Komm, ist denn da? Ja, komm, wir müssen ein Stück vor. Dann sind wir weiter. Ich muss ja, und dann werden wir von der Welt rein. Dann können wir die Hälfte hier wieder kommen. Ich bin klar, dass wir das reden können. Jetzt kann ich jetzt auch die Hälfte zurückgehen. Ich bin einfach hier. Ich bin einfach der ersten Garten zu haben. Ich bin einfach der anderen Seite, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte. Ich möchte die Hälfte einfach mal kommen. Genau. Und da hinten war der Haft. Und das haben wir ja schon größere Vereinigten. Sehr geehrte Damen und Herren, Ihre nächste Schiffsverbindung, das Kursschiff direkt nach Regens, langmäßige Abfahrt 13.30 von Platz Nummer 3. Ich wiederhole, das Kursschiff direkt nach Regens, langmäßige Abfahrt 13.30 von Platz Nummer 3. Meine Damen und Herren, Ihre nächste Schiffsverbindung ist der Kursschiff, der direkt zu Regens in Ostkirchen. Plenty of departure time, 13.30 von Platz Nummer 3. Und selbstverständlich aus direkt an Bord. Ja und es ist ja auch, jetzt kann man ja auch etwas Neues draus machen. Ja, die Sachen muss man ja... Geht doch mal einen roten Punkt reinmachen. Ja, einen roten Punkt reinmachen noch dazu. Ja. Ja, das ist kein Problem. Jetzt bin ich ja nicht gerne auf Sie ein. Wo sollen wir einen roten Punkt hinmachen? Wo würden Sie ihn machen? Ja, auf den Berg, auf den Berg. Ja, mitten drauf. Ja, gut. Nicht ganz rund geworden, aber... Ja, genau. Stimmt, jetzt ist er fast ein bisschen erschossen. Ja, genau. Aber gut, ich meine, fast hier eine Umgebung. Hier wird ja auch viel Militär... Wird ja auch viel erschossen hier. Genau, wird ja viel Material gebraucht. Aber jetzt gibt es zwei, was hier hat. Ja, genau. Keine gleiche Idee. Sind Sie auch Künstler, oder? Ja, schon immer gewesen. Ah ja, ich merke schon. Lebenskünstler. Es kommt sofort raus, ja. 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 Ich denke am einfachsten mit dem Rollator in die selbe Phase zurück, das ist auch der kürzeste Weg, sonst ist das Kopfsteinpflaster sehr lange. Das ist eine grenziges Bild, ja? Das finde ich ganz toll, ich habe die ganz groß. Die gibt es öfter, habe ich öfter mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, wo die herkommen. So traurig, die Kinder weinen immer, aber ich weiß nicht warum. Jetzt hat das Kind einen Grund zum weinen. Ja genau, jetzt wissen wir warum. Oder da gibt es auch so Schilder, aber ich glaube das sind mehr so wie die Türmen, da steht das drauf. Ja. 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 Ja.